es ist so schön hier schön friedlich und ruhig ich liebe es einfach hier draußen die kamera die mich gerade filmt ist eine canon eos r6 und die habe ich mir für zweieinhalb jahren gekauft ich liebe diese kamera und ich filme extrem gern mit ihr aber warum ich sie trotzdem verkaufe und was du wissen solltest bevor du dir eine canon kauf erzähle ich dir in dem video also let's go schaut mal wie krass die sonne hier reinballert wenn ich ein bisschen zur seite gehe sieht richtig nice aus und da sind wir auch schon beim ersten punkt und der hauptpunkt für mich sind tatsächlich die objektive von canon das problem bei canon ist wenn man es zu sony vergleicht dass einfach keine guten fremdhersteller objektive auf den markt kommen das liegt nicht an den fremdherstellern sondern das liegt an canon weil canon nicht möchte dass ihre eigene rf objektive gefährdet werden und deswegen ist es nicht wie bei sony dass ihr euch auch ein geiles sigma kaufen könnt dass ihr euch auch ein geiles samyang holen könnt oder tamron oder whatever sondern ihr müsst wenn ihr gute qualität haben wollt bei canon auf die eigenen rf objektive zurückgreifen und die sind schweineteuer hier hinter mir bilden sich jetzt schon überall so nebelschleier auf dem feld sieht richtig geil aus so jetzt bin ich endlich hier am finalen spot angekommen schaut mal wie geil hier diese wolken aussehen ich lasse auch gleich noch mal hier die drohne fliegen aber das werdet ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen haben im video ja was meine ich nochmal um auf die objektive zurückzugreifen hier haben wir mal ein beispiel wenn ich mit der canon jetzt zum beispiel astrofotografie machen möchte timelapse mit sternen und so weiter muss ich dieses muss ich auf dieses 14 mm hier zurückgreifen wo ich dann hier hinten noch einen adapter dran habe ich habe jetzt ja die sony a7s 3 vorbestellt auf die ich mich extrem freue und da komme ich mit so einem kleinen objektiv hin das sind 20 mm gut das g master 14 mm ist noch mal ein bisschen größer aber generell die g master objektive sind halt viel kleiner als die von canon und ich schleppe halt einfach deutlich weniger gewicht herum also um es abzurunden was mir halt nicht so gefällt ist einfach die größe und das gewicht der objektive und zum beispiel das 50 mm ich liebe dieses teil das ist wirklich ein bokeh monster ihr macht das teil drauf wenn ihr einen auftrag habt wie hochzeit shooting oder so und das teil liefert einfach so dann müsst ihr euch keine sorgen machen gefühlt wenn ihr ordentlich fotografieren können damit habt ihr scharfe bilder mit einem traumhaften bokeh auch bei filmaufnahmen absolutes traum objektiv so ich blende euch hier auch gerade mal ein paar aufnahmen einfach ein die ich damit gemacht habe ich liebe es aber muss halt auch bedenken das teil ist riesig groß und das ist bei den ganzen canon l serie objektiven halt so und im vergleich so sind halt diese g master einfach winzig und liefern halt trotzdem eine gute qualität und da ich halt viel auf reisen bin will ich halt einfach weniger schleppen und trotzdem nicht auf bildqualität einfach verzichten müssen das ist ein riesiger punkt und auch der preis so ihr könnt hat einfach bei sony super auf fremdanbieter umsteigen zum beispiel auf sigma auf samyang teilweise und habt trotzdem in den meisten fällen obwohl ihr viel viel weniger geld dafür bezahlt ein richtig gutes objektiv am start bei canon habt ihr halt wirklich diese l serie nur die ist top aber wenn ihr halt nicht diese pille schlucken wollten mit extrem teuren objektiven kaufen dann müsst ihr halt auf entweder alte ef objektive umsteigen das funktioniert zwar auch alles aber wie gesagt da sind wir beim alten punkt die sind halt groß die sind sperrig und ja ich möchte halt einfach auf ein kleineres leichteres system umsteigen nächster punkt für mich ist ist dynamic range ich habe ja früher schon mit sony gearbeitet mit der sony a7r 1 und der sony a7r 2 und ich habe bis heute das gefühl ich habe letztens mal wieder raw bilder bearbeitet von der a7r 2 dass die canon r6 zum manchen sogar fast noch ein bisschen schlechter ist als die sony a7r 2 weil ja kennen das kennt man ja dieses thema was bei dynamic range angeht bei weit nicht so gut wie sony da hat man bei sony einfach nochmal ein bisschen mehr vorteile das ist auch eine sache die ihr wissen solltet und bei sony habt ihr auch ein problem nicht was ich hier oft habe und ich bin ja jemand der viel vloggt nämlich in den rändern hier oben wenn ihr weitwinkel objektive habt ist es so ein shaken so ich blende euch ja auch mal ein bisschen was ein das ist auch so eine sache die mich ziemlich stört die man zum beispiel bei sony nicht hat das war es eigentlich auch schon was mir an kennen nicht gefällt beziehungsweise was ihr einfach wissen solltet was euch jemand sagt der schon seit jetzt zweieinhalb jahren eine canon besitzt was ihr einfach über die kamera wissen solltet was mir jetzt so aufgefallen ist was ich nicht ganz so cool finde und ja das ist halt ziemlich wenig weil ganz ehrlich ich liebe die canon sie ist extrem handlich das menü ist meiner meinung nach so das beste so da kommt auch sony nicht rein da kommt eigentlich für mich nichts anderes ran die ganzen einstellräder wie alles zusammen funktioniert alles top wirklich so da könnt ihr euch bedenkenlos eine canon holen nur im endeffekt würde ich sagen dass für den gleichen preis dass ihr bei sony einfach das bessere endresultat bekommt das bessere bild das bessere video ob das jetzt schöner ist oder ob euch vielleicht die farben bei der canon besser gefallen das muss ja jeder für sich selbst wissen und auch die gründe die ich jetzt genannt haben kann sein dass es für euch überhaupt nicht relevant ist dass ihr zum beispiel sagt ey ich nutze alte ef objektive mir ist es egal wenn die schwer sind ich mache nur studio fotografie oder so das kann ja sein dass da jeder von euch ganz andere präferenzen hat deswegen schreibt mir gerne mal eure meinung dazu in die kommentare es würde mich echt interessieren was mich halt bei der sony extrem reizt und halt auch noch dass ich in raw filmen kann dass ich mich einfach auf das teil verlassen kann dass ich mich auch verlassen möchte darauf dass ich ein kleines handliches setup habe und das hat alles extrem viel sinn macht an dieser kamera der hdmi ausgang zum beispiel mit dem ich auf einen atomos ninja zum beispiel rekorden kann alle solche sachen brauche ich halt und das ding ist ja ich bin ja kein hobbyfilmer der das einfach so bisschen zum spaß macht das ist ja mein beruf und am ende ist es für mich nicht wichtig ob jetzt die kamera das schönste menü hat oder ja am schönsten der hand liegt oder so sondern für mich ist es wichtig dass ich für meine kunden das beste endresultat erzielen kann und da würde ich sagen kann ich einfach mit der sony a7s 3 mehr reichen als mit der canon r6 und auch zum beispiel die r5 man könnte ja auch sagen ich könnte mir jetzt eine r5 holen hätte ich vielleicht auch gemacht aber das sind wir bei dem thema objektive deswegen wird es auf jeden fall bei mir die sony so habe ich meine entscheidung getroffen schreibt wirklich gerne mal in die kommentare was ihr dazu denkt wie ihr dazu steht und welche erfahrungen ihr auch gemacht habt und ob ihr es nachvollziehen könnt und wenn ihr nichts verpassen wollt weil ich werde ja in zukunft mit der sony auf jeden fall videos machen die bisschen review und euch bisschen zeigen was damit möglich ist dann abonniert gerne den kanal ich will hier wieder aktiver werden und dann sehen wir uns beim nächsten mal leute haut rein macht's gut ciao ciao